Meine Damen und Herren, wir bitten nun um absolute Ruhe. Sie haben jetzt die einzigartige Gelegenheit, einen Einblick in die große Kunst der Meditation zu erlangen. Entspannen Sie sich, tauchen Sie ein in die Tiefe Ihres Selbstbewusstseins, Unterbewusstseins. Und Sie werden feststellen, dass Sie sich anschließend um nichts wohler fühlen. Meine Damen und Herren, die 5. Die Beta. Die Beta. Und nun die 5 Diabetiker. Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Beste, was es gibt auf der Welt. Ein Freund bleibt immer Freund. Und wenn die ganze Welt zusammenfährt, drum sei auch nie getrübt. Wenn dein Schatz sich nicht mehr liebt, ein Freund, das ist der größte Schatz, den es gibt.